Servus Leute und willkommen zu diesem Campingplatz Video. Wir sind Jules und Uli aus Salzburg und stellen euch einen Campingplatz etwas oberhalb von Aberystwyth in Wales vor. Dieser Campingplatz ist sehr hundefreundlich, die Hunde sind gratis. Für zwei Personen mit einem Campervan haben wir 20 Pfund ohne Strom bezahlt, 5 Pfund auf Preis, wenn wir Strom benötigt hätten. Wir verschaffen euch einen kleinen Überblick, nehmen euch mit ins Sanitärgebäude, was wir sehr sauber vorgefunden haben. Die Dauercamper auf dem Platz aus England und Wales waren durch die Bank weg sehr, sehr freundlich. Am Ende des Videos nehmen wir euch noch mit durch die Straßen Aberystwyth und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020